Hallo liebe Forge of Empires Freunde und willkommen zurück zur dritten Folge meines ausführlichen GVG Tutorials. Diesmal soll es gehen um die Symbole bei der Verteidigung. Ich habe ja beim letzten mal diese Symbole des Angriffs schon gezeigt und diesmal geht es darum wie es aussieht wenn man verteidigt, einen Sektor verteidigt. Ihr seht hier schon wieder ein Video wo ich einen Mitschnitt gemacht habe aus einer GVG Runde und wo ich einfach daran das wieder exemplarisch zeigen wollte so wie ich das beim vergangenen mal auch gemacht habe. Damals war ein grünes Schild mit gekreuzten Schwertern über einem Feindsektor. Dieses mal ist es umgekehrt. Ein rotes Schild mit gekreuzten Schwertern ist über dem einem der unseren Sektoren und ihr seht auch schon dass diese Belagerungsarmee der Gegner hier schon steht in diesem Fall und dieser Sektor belagert wird aber hier dieser zum Beispiel eben nicht. Also bietet das gleiche wieder. Es gibt wenn ein Schild drauf ist, wird es belagert. Wenn kein Schild drauf ist, dann ist der Sektor noch ohne Angriff. Ich werde das jetzt wieder abspielen und dann wieder anhand der Symbole erklären was es bedeutet. Versuche es natürlich zu verteidigen. So, stopp. Weil es eben ein Live-Mitschnitt ist und hier sehen wir wieder die Symbole und im Prinzip sind die jetzt eigentlich spiegelbildlich zu dem was wir beim letzten Mal gesehen haben. Beim letzten Mal hatten wir grüne Schilde und rote gekreuzte Schwerter. Und dieses mal ist es umgekehrt. Die grün gekreuzten Schwerter sind jetzt in diesem Fall unsere Verteidigungsaktion gegen die Belagerungsarmee. Also die feindliche Belagerungsarmee ist gestellt und wir müssen jetzt in diesem Fall zehn am Belager der Einheiten vernichten, um diese Belagerungsarmee von dem Sektor runter zu bekommen. Wenn ihr hier genau hinguckt, seht ihr, dass hier schon drei grüne Schwerter geflogen sind, aber auch vier rote Schilde. Das heißt, wir haben dreimal die Belagerungsarmee angeschlagen und der Gegner hat vier von unseren Verteidigungsarmeen angeschlagen. Also jetzt nur in diesem Bild, da kann natürlich schon viel mehr passiert sein in dem Moment, wo hier schon die Overlays drüber waren. Wir versuchen es jetzt zu verteidigen. Wie gesagt, die grün gekreuzten Schwerter, die können Verteidigung von uns sein, müssen es aber nicht. Also es kann durchaus sein, dass hier eine der benachbarten Gilden der anderen Nachbarn mit draufhaut und diese Belagerungsarmee anschlägt. Das würde hier auch als grüne gekreuzte Schilder erscheinen. Das gleiche kann für externe Gilden sein, weil es handelt sich hier um einen Strandsektor. Ihr seht den gelben Untergrund im Vergleich hier zu diesem grünen Untergrund. Ist also ein Strandsektor. Und Gilden, die nicht auf der ASA-Karte vertreten sind, können also hier einfach mit draufhauen. Und das würde hier in diesen hochfloppenden Symbolen genauso als grüne gekreuzte Schwerter angezeigt werden, wie unsere Verteidigungsaktionen. Also da seht ihr keinen Unterschied. Ihr seht es dann nur im Log, im Ereignisprotokoll. Ihr seht hier nämlich im Ereignisprotokoll gerade, dass wir feindliche Belagerungsarmeen bereits vernichten. Und zwar, das müsste hier der Sektor 2671 sein. 2671. Und wenn jetzt hier eine andere benachbarte Gilde auch mit verteidigen würde, dann würde man hier auch sehen, dass die Nachbarn mit im Ereignisprotokoll auftauchen, die hier auch mit draufhauen und diese Verteidigung mit unterstützen. Und wenn eine Gilde von Externe mit draufhauen würde, dann würde es hier wieder dieses graue Symbol sein und unbekannte Gilde diese feindliche Belagerungsarmee mit vernichten. Die roten, wie gesagt, sind die Siegaktionen des Angreifers, wo schon Verteidigungsarmeen von uns vernichtet wurden. Ich lasse es jetzt mal laufen. Ihr seht, das Schild ist runter und der Sektor ist somit erst mal verteidigt. Ich schaue mich jetzt hier um, ob es noch weitere Aktionen gibt. Und wie ihr seht, das Schild ist wieder drauf und die Gegner greifen nochmal an. Und wir sind halt wieder dabei zu verteidigen. Ihr seht entsprechende Symbole. Und jetzt ist das Schild wieder runter. Wir haben die Verteidigung gewonnen vorerst. Und in dem Fall greift jetzt der Gegner auch erst mal nicht mehr an, sondern die versuchen es einfach später nochmal, wenn niemand mehr von uns da ist und die Zeit einfach keine übliche GVG-Zeit ist. Da wird man dann meistens die Sektoren los, die jetzt hier noch offen sind, insbesondere die Strandsektoren. Die kann man ja nicht verteidigen. Denn wie ich im ersten Video bereits sagte, man kann zu jedem Zeitpunkt auf einem ungeschützten Strandsektor landen. Und das hier ist eben ein ungeschützter Strandsektor. Das ist ein geschützter Strandsektor. Da ist ja das grüne Symbol drauf. So, wenn jetzt aber diese Belagerung erfolgreich ist und der Sektor von uns eingenommen wird, dann sieht es aus wie hier unten. Also hier in diesen Fällen war die benachbarte Gilde erfolgreich und hat bereits Sektoren von uns eingenommen. Und dann ist es eben so, dass nicht ein grünes Schild drauf ist, wie wenn wir gewonnen haben, sondern ein rotes Schild, wenn die Gegner gewonnen haben. Ja, im Prinzip ist es das auch schon für diesen Fall, für die Symbole bei der Verteidigung. Und diese kurzen Informationen hier aus dem Ereignis-Log habe ich euch hier auch schon gezeigt. Leider habe ich jetzt nicht den Fall dabei, dass eine andere Gilde hier mal zwischenkämpft und man sieht, okay, eine andere Gilde war hier auch aktiv und hat geholfen bei der Verteidigung dieses Sektors. Vielleicht kriege ich das noch irgendwie mal eingefangen in einem anderen Video, aber dieses Mal ist das noch nicht der Fall. Aber das ist es schon zu den Symbolen bei der Verteidigung. Und beim nächsten Mal will ich euch zeigen, wie es ist bei Symbolen von fremden Sektoren. Also nicht die eigene Gilde greift einen anderen Sektor an, sondern eine fremde Gilde greift eine andere fremde Gilde an. Und wie sieht es dann aus? Gut, dann danke ich euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Sollte euch noch mehr zum GVG interessieren, abonniert gerne den Kanal. Vielleicht noch ein kleiner Nachschub. Ich mache das so detailliert, dass ihr das bei Gelegenheit einfach verlinken könnt, wenn ihr auf einem ganz bestimmten Part im GVG eure Mitglieder, eure Gildenmitglieder aufmerksam machen wollt. Und dann kann man einfach sagen, okay, hier guckt ihr das Video an, da geht es nur um dieses Thema. Und ich hoffe, das hilft euch weiter und hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao!